willkommen leute genau zu einem stream zu splatoon 3 mit ultra beschissenen ton aber auch nicht von der lautstärke gut alarm genau sind rio ist im hintergrund und erst mal live in farbe und deswegen wir spielen jetzt betun nebeneinander man sieht leider nur mein bildschirm vielleicht kriegen wir das auch irgendwo bei hinten wer weiß vielleicht will die technik mal dass man das auch zu zweit zeigt ja wir spielen wir metten heute ein bisschen dann macht man eine art geteilten bildschirm obwohl es tatsächlich zwei bildschirm in wirklichkeit ist das so machen wie bei games dann quick wenn die speedruns machen dass man dann auch so eine uhrzeit drin hat wer schneller der weltmeisterschaft übrigens sie gerade wasser marsch post auch wenn es kein wasser ist muss jetzt eigentlich mit trinken ja tatsache dann sollte es vielleicht auch nicht mehr so machen ich habe gerade die scheiß übersprung egal also wir machen hier es betont hat sie kommen dann auch aller wahrscheinlichkeit auf youtube bitte wisst ihr ton technisch und so bescheid sagen ja weil das mikro also klar die qualität ist jetzt nicht so gut aber dafür haben wir halt wenigstens ton und er müsste von der lautstärke ungefähr so sein soll neu neu ja was wünschst du dir denn was wir scheiß machen wer zum bären das ging wenn genau und aus dem die jetzt hier noch was bekommen wo wir übrigens sehr sehr gut arbeiten also jeden jeden tag um 16 uhr leute neuer part kommt gerne vorbei kommt gern vorbei ja ich habe ja schon gestern eine runde gemacht ach nee das hat sich ja wieder umgestellt krass passend so genau der chassis der ist auch noch hier dadurch dass wir jetzt hier so ein bisschen mehr brandbreite haben und sie werden das natürlich kameratechnisch auch nur ändern keine sorge auch denn der unrat das wird nur ein bisschen aufgeräumt dass ich übrigens von seit ich glaube zwei monaten aber die waffen auswahl ist absolut solide jetzt müssen wir doch die team als solide sei noch 3 3 3 3 3 hast du das sie messen wirst du dass sie stören und dann ist das einigermaßen klipp ja ich will für nächste woche wahrscheinlich so also als nächste woche das auch noch klappt selbstverständlich gucke ich mal ob wir so ansteck mikrofone bekommen die bestelle ich dann bei dem großen wahrscheinlich morgen und dann hoffe ich dass die klappen und dann haben wir halt auch ein bisschen vielleicht nicht den perfekten ton aber halt geschmeidigeren ton und wir können hier auch mehr im zimmer machen dann weil ich habe ja ein ansteckende ich bin jetzt ich gespannt ist ja ja da ist die kamera nach unten mit dem scheibenwäscher der zappelte mit hier sind wir um jahr zu tun wir haben schon weil bei der eine nach links rum gelaufen ist warum auch immer ja ich kann ja auch alleine einsam mit kumpel wollte ich bin ich mit dem breitenwäscher ist manchmal auch ganz lustig zweimal schlagen und der ganze turm ist kaputt ja und 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 nichts passiert nicht sicher dass sie geht auch weg wenn ich komme dann auch danke hier von der party auf sagt über den weg einfach voll weggeglitscht hat und dann direkt mal ich möchte ich auch das auch wieder nach unten und dunkel ich habe übrigens zweimal die kugel was hast du so wie die krabbe da wollte mir der sniper helfen ja wer ist denn der sniper ratmann okay schade falsch gedacht naa slumsprung falsch gemacht da will ich auch ein krebs bisschen action zack 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 und den der vielen direkt weg fallern du siehst doch na ja du siehst doch ich weiß noch wie das mit dem gold und fragezeichen war mit dem der war das war gut aber nur alles filmen musste und wieder jemand so schwer ist es nicht und sterbt selber und weichheit was sind weichheit es hat aber lange weil ich ein schuppen klinik ein paar millionen gegner ja was dann normal jetzt aber dunkel das klinge gold schlimmer das war bei letzter zeit ziemlich auch das muss ich sagen ja, merke ich auch oh, ah, zack zack ja, und zack ach ja, stimmt, ich bin ja wie gut es dort auch will zu benutzen ja, deswegen warte ich gerade auf den goldi, wo ist der? ja, ja ja, und ja Ja, das ist doch was, reib bitte, vollbrühe. ja aber jetzt kommen die und sie sind ja schnell ja kannst du doch war das hatte ich gestern gestern ganz ganz schlimm zweimal sobald hier wieder was okay danke du willst so als ob die glocke ja streamt jemand okay auch geil heute solltest du doch genau jemand und nicht der rosin da ist die kamera da nicht der rosin doch gut steht die mails war es eh nicht wert naja das wurde nicht gemettet noch gut ohne neues mit die pizza ach ja und sonst so weit schwankt man wieder die zuschauerzeiten sind wieder bei zwei und noch eine nachricht gratis spiel da ist auch noch mal was die hölle es ist denn heute so auch 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 muss aber sagen dafür dass das zero sein so spekt ist eigentlich ganz genau gleich das ist kein unterschied und ist ja nicht verkehrt dann noch ausländer durchfall mit na ja 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 oder ausweist aber mein freund nein lasst ihn mir gibt ihn mir ja ja ich habe ihn es geht es geht Oh tut mir leid aber ich bin leider ein lad es kann bis jetzt nur ein haus meister auch wow ein ei bloß nicht mehr gegen das ist ja keiner der seine goldeier bewacht richtig dumm ist doch schön ist doch gut mal wieder mit teammates am spiel die den schulabschluss nicht haben schnauft er wieder druck das mädchen ja der alger geiler konter und bertin bar ach kacke wird in das ufo zerstört der sind rio ich weiß nicht was in der lage so langweilig doch gar nicht weg du ne zonni Trotz der Todes ist doch egal! Wie viele aufstweren die denn noch? dunkel butterschiff nebel bochbutterschiff am stoch richtig ich habe irgendwie so ein geräusch wer dachte ich es ist da reingetan da gerade jemanden zu mir gesagt wegen dem butterschiff ja ich weiß nicht wer das war ist keiner hoch nur beide er hat nicht hilfe gesagt schwierig werden jetzt von der punkte zahl dass die älterischen minister hier hoch tragen ja sollte hätten eigentlich gerade glaube ich ganz viele von mir aber irgendwie hat man nicht was für aber wir haben dass er uns gar nicht sagen würde aber in sache stimmt man sieht es gar nicht wenn ich das wärme ich bin die ganze zeit zu mir der junge da unten aber noch mit irgendwie gewonnen jeder tanz wie das mit ja tatsache ich mir direkt geholt 571 und 36 alter katalog 6 ja also am freitag wenn ich wahrscheinlich auch direkt am besten wegen der 90 season dies und auch schön dann die neue map ich weiß ja nicht ob du kannst freitag bin ich bis montag im urlaub ach das war freitag freitag bis montag und starr werde ich dann auch bis abends dann auch unterwegs sein weil wir dann während wir dann dort von der unterkunft aus schicken dann noch den tag irgendwo anders dann auch wenn man so will nur durch erst dienstag werde ich glaube ich wieder ansprechbar sein ich meine natürlich antworten was macht er da was macht er da wer was ich habe jemanden noch nie so beschissen färben sehen ehrlich nicht solche leute hast du grundsätzlich darum regier kann was team jetzt was wunderschön ich mache ich habe noch gar keine team jetzt gehört der eine ist ins wasser geflogen sie ganz kündigt hier wurde nicht mal geboxt der seine vor und dann wieder beleben weil ich auch nicht dann sollen wir lieber verlieren und mit anderen team jetzt wieder versuchen wobei man ja auch hier mal wieder sagen muss man kann den leuten kein vorwurf machen wenn sie halt das spiel ist so gut können aber warum werden wir denn damit zusammengetan weil wir stufe 99 also ich bin ich junge hilf mir doch macht doch die schlange weg du bist der einzige die graf kanalen lieber die eier weil wollte ich eigentlich gerade auf der anderen seite bleiben mit 80 auch nur die gold einsam war er hat sie mir gibt es auch wiederbelebt werden er bleibt da eine ecke sitzen da noch zwei eier die eine seite habe ich noch wieder einer tod und sagt geht doch dahin und kill sie ist ja ich wusste man wieder selbst machen was war das ich mache den einen weg damit ich das eil runter kriegt was sieht er eine oder liegt ja obwohl der eine da schon hin das gehört jetzt mir nach unten und als kanone wer hat jetzt zu mir gesagt richtig ich nehme ich nicht wo schon wieder guter schiff ich glaube dieser werde ich auch einmal den krebs einsetzen der sicherheit halber damit das gar nicht erst lange sorgen würde aber eher dafür ich könnte mit ihr wetten dass die die ultis wenn dann wieder zum schluss machen hat jemand schon aktiviert ich habe noch nichts gesehen ob kugel oder wie ist doch dass ich schon färbel jedoch nicht da auch noch und bis tot wieso bist du das ist ja gar nicht wie ist er gestorben hat jetzt ins wasser gesprungen dann wieder deswegen den könig da drin hat wird man dafür geld okay da habe nur drauf gut dann bleibe ich kunden ja wieder zu sehen warum ist er tot aber doch gar nichts als ich dir melden ja claude wieder die eier wahnsinn aber wir sollten eigentlich genug damals kann man nicht wahr sein es liegt nur ein ei hier ein einziges und ich stehe davor das ist das für eine logik doch als schießt man drauf weil ich habe in den blöden klicks oder komm ich bin jeder eines wieder tot weil geschießt keiner drauf es schießt und es sind wieder alle tot jungen guckt erst mal an der sauger bleibt einfach dahin ich habe auch nie gesehen die waren oder eines schon wieder ins wasser gesprungen der wird gemeldet ich habe es gesehen er war tot und ist noch ins wasser gesprungen der wabbeld auch rum er wird gemeldet auch nicht kommt jetzt nicht alarm oder so weil der typ der weg kriegt es so als ob er mit absichtlich mitspielen will nur um die leute halt abzufacken danke noch dazu ein ganzer raten wir das macht wird er machen mit den erwarte ich nichts mehr den fliegen da habe ich ein übel weg gemacht ja dann ist schon wieder tot es war nichts da um ihn zu killen da haben die irgendwie noch zusatz knopfen zu direkt zu sterben ja wow der kulti hat der eine typ angemacht wir wurden der andere hat die ultis beide schon weg das wäre eigentlich cool ja wahnsinn ich muss irgendjemand gold eier abgeben sehr schön eine lebe mit dem jahre ist kannst du auch nicht ausschließen jetzt ist er wieder nach gestorben ja direkt draußen melden und ich bin froh dass du es wenigstens geschafft hast ja dass der tanz sagt schon alles nee das war der andere dessen nahe weiter ja ok beide beide oder andere war noch schlimmer ja das ist nichts passiert ist es passiert nichts passiert ich sehe nichts ich weiß nicht was die gesehen haben also dürfte die gestorben jetzt bin ich gespannt hier mal drei und dreimal obwohl sich das irgendwie öfter angemütet das war öfter ich glaubte der tod wird erst dann gezählt wenn man wiederbelebt wurde so komisch dass auch klingt das heißt erst wenn jemand auf den stimmenring drauf geschossen hat sieht das als tot 400 punkte das schafft man normalerweise mit einer ulti aber naja und es geht hier leute nur dass es wieder wisst es geht hier nicht darum dass die leute schlecht sind sondern es geht darum dass die dumm sind also wer absichtlich immer wieder ins wasser sprengt und das auch noch für cool hält also kommen ja also selbst wenn ein spieler schrägt ins platon ist also jeder spieler weiß selbst in einem spiel wo man schlecht ist das war nicht in den tod springen heute durchgehend also muss man nicht diskutieren also was weiß ich kann bei dem ich sie lange schade echt gern gesehen ja schon wieder raum auf hoffentlich kommen die nie wieder er hat noch nicht mal 200 aber manchmal habe ich ja für den klein ja manche leute wirklich in der runde die gerade das spiel gestartet haben oder der outings happy warum ja muss man halt sagen mit irgendjemand müssen wir zusammenspielen aber normalerweise kann man dann auch mit leuten zusammenspielen der spiel auch erst keine ahnung seit einer woche oder so spielen lieber mit leuten zusammenstecken die schon wie viele stunden habe ich 700 oder wie viel war das ja das macht viel mehr sinn selbst jesse wäre besser ja das guckst du so du kanälen beilage wollen wir doch vor der links und seine foto so verliegen sonst schwacker das ist von könig krösus des erbärmlichen das oder was da war doch da in dieser in diesem komischen lager raum vor dem boot da so müh gelabert ich weißt du dass sie da noch kartoffeln stellen muss obas und da passiert beide sagen gut an der stelle muss man sogar verständnis ja nach bei naja also nach der gleiche punkten dann glänzt ich habe heute nett ich gegessen wenn er ohne mit aber zwar mit ja den aal weg machen und es wird aber leider nur zu spät nein 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 ob man denn hier alles schon eingefärbt wo ich rein geboxt wurde das sind so dumme tode hier und schon wieder tot das ist absolut dumm was ist das für ein idiot und schon wieder tot mit da wurde dann noch aufgehalten sing oder wieder eine spiele heißt er hat gemerkt und alles eingesammelt ganz nach unten und dunkel voller sturm junge es hat mir auch immer schon ein gerauschen ein controller wieder ein bisschen höher der kollege du musst dich nicht vor mir stellen dass ich dann auch meine schüsse nicht mehr ich gehe doch mal weg wie man ihn steht nein ich bin so dumm ich wollte eigentlich was sagen was nicht so das kreuz ist bloß der stich ist minus wie lange muss ich hier noch ließen verstehen schon die mates nicht schießen diese junior kletzerwache macht leider auch nicht so viel schaden wie ich mir vorstelle manchmal sagt 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 ist aber gut gemacht nach dem schuss hier ich habe bloß das eine eil noch ein bisschen was einfärben passt doch man könnte meines passt ganz oben und ich habe keine ultimeer ich dachte ich hätte noch einer und dunkel schlimmer meiner sehr schön bei dieser ebene sehr gut das ist ja gut das ist ja gut ist ja gut wo ist ist ja gut ja noch mal schön auch gar nicht im raum ach scheiß muss irgendwo hier auf der seite da unten ist da wieder schon wieder da weil ich im haus versehen das offen gemacht jetzt mit dem raum das ist so geil so man hat wieder keine gold eingehörter nun oder hat das gesehen wo das ist und ich benutze auch ihre ultis siehst du das und wir haben das aber geändert der wurde das tut es über mein ex oder gesprungen damit man das nicht durchgehend machen kann oder meine solide gruppe ja ja denen glaube ich das auch mit den gold abzeichen den glaube ich das auch guck dir das an der xing hat einfach mehr am meisten eier sogar noch ja besonders ich habe ja die eier zum schluss zum kopf sogar gebracht und ja trotzdem mehr als ich also das also den super gut bin gespannt wie man sie fängt ich habe ein spezialkontroller und die gegner sterben die muss man den ton laut haben als nie ganz gibt es nicht weiß also vom vom spiel meine aber das rufen ja das kommt auch näher ich so ja tatsache und dann soll das mal aber stimmt wenn man es direkt angreift ja 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 der hat ja den zurückgeschossen schön sweet sweet der rochens extra den strahlmann geschützt hat mit seiner rampe das ist der rochenswert ja wohl zu lange aufgehauen ha ach schade der weh nein der fahrt auch gar nichts auf dem boden die ulti geendet aber egal weil auch genau die platz da für den bull oder gerne am anfang gemacht weil ich habe die sniper ich meine die gegner aber dass die leiter nach oben habe ich auch gesehen die arbeitsteilung wollte ja alle vor einer ulti das war eine viele kombination weil du warst ja noch gar nicht die zonne weg geworfen den keiner da hoch auf den auf den obelisten und ich habe das bringe fährt und wieder tot in meiner ulti also 2 ist verschwendet auch von der gold eier zahlen dann könnte man meine und wieder nach unten das steht der denn da so scheiße das heißt schon eine frischheit und ja schön wer hat das auch gesehen mit dem spiel vom team ja ja habe ich gesehen dass er schon ausreicht ich habe mich der deckler erledigt ich glaube ich glaube ich bin sehr schön ich bin sehr schön ich bin sehr schön ich finde die videos ein sehr schön ist das im leben daran gar nicht ziehen würde aber ihren sachen habe ich gar nicht aufgarten welche wache ich glaube den jünger besser ja ja dabei wo wo ist es oftmals so vor allem bei so einer map die jetzt ist eigentlich egal wo man die goldfeier freisett man muss ihn eigentlich gar nicht hinterher rennen irgendwann kommt er zu einem man kann natürlich dann ab und zu situationen halt verkürzt wenn man so will die bombe explodieren zu lassen wenn man ihm entgegen rennt aber auch was ist das gar nicht notwendig und der schild hat gesehen war er kommt rüber ja was ist das für ein team ich können wir mittlerweile einfach drauf weil dann ich war ja 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 ich schieße die ganze zeit noch nicht die ganze zeit irgendwo anders und wir haben ja aber auch da oder um die anderen muss er damit ich weiß was ich habe meine ultimate weil ich nicht weiß was ich mit dem typen tyranny machen soll post hast an den regen man da noch jetzt schmeißen wir aber damit um sicher goldener baller willkommen und tut ja ich bin mir jetzt mal 900 wieder hoch oder ja ja los geht's los oba ist dass er ordentlich die rüge polieren lassen ja alles gut ja hey Untertitelung des ZDF, 2020